Wenn wir von dem Evangelium morgen reden, dann, das heißt, also Evangelium, der eigentliche Morgen ist, ist das, dass es erzählt, wie Jesus zu den Pfarrern, also zu den Leuten sagt, wenn euer Gerechtigkeit nicht weit über das der Pfarrer sehr hinausgeht, dann kommt er nicht in das Himmelreich, nicht. Und was ich denke, oder was mir einfällt zum Evangelium, ist einfach, dieses weit hinausgehen bedeutet natürlich, dass ich die Dinge mache aus Liebe, weil ich glaube, auch die Pharisäer, der Problem war ja nicht, dass sie nicht Perfektionismus gesucht hätten, also sozusagen, sie haben versucht, ja perfekt das Gesetz ja zu erfüllen, aber das Problem war, dass sie, genau was sie gerade gesagt haben, also dass sie diesen Perfektionismus war, der, also, das heißt, der Grund nicht, warum sie jetzt diese Perfektion gesucht haben, war der falsche, nicht? Also sie haben es gesucht, um ihre eigene Gerechtigkeit. Ja. Also ich glaube, das ist eine der Sachen. Und eine andere Sache, was mir einfällt, ist gerade auch, was sie gesagt haben, und zwar, dass es eigentlich im geistigen Leben ja auch um die eigene Großzügigkeit geht, aber vor allem in dem Annehmen von das, was Gott in uns tun will, nicht? Sei es im Gebet, sei es auch die Leiden anzunehmen, sei es diese Trockenheiten anzunehmen, sei es die Reinigung anzunehmen, was sie auch gerade erwähnt haben. Und das Dritte, was mir einfällt, ist einfach schon, dass diese Suche nach Heiligkeit, dieses weit über das der Pharisäer hinaus, nicht unbedingt jetzt etwas Außergewöhnliches ist zu tun, nicht? Weil gerade das war jetzt der Punkt, also die Pharisäer haben ja das Außergewöhnliche gesucht, öfters, nicht? Und etwa, sie wollten irgendwie bessere Dinge tun, als was alle andere machen. Ja. Sondern es ist diese gerade Liebe und öfter sind es in diesen ganz kleinen Dingen. Zum Beispiel einmal, ich bin in eine Kapelle gekommen am Abend und es war einer der Coworker, war gerade in der Kapelle. Ich kam halt irgendwie spät nach Mitternacht nach Hause und er war auch noch in der Kapelle und hat versucht, seine Abendgebete, seine Nachtgebete vor uns zu machen, nicht? Und er saß halt da, war ganz witzig eigentlich, nicht? Also er kniete da vor dem Herrn, also im Forstreihen in der Bank bei uns in der Kapelle, in der Marksergasse und dann zieht er sich hin, nicht, weil er einfach müde ist, ja? Und dann merkt man, er beginnt, also sein Kopf beginnt zu, nicht, also er beginnt einzuschlafen und dann kniete sich halt wieder hin für zwei Minuten und ich glaube, er hat nicht gemerkt, dass ich hinten war an der Kapelle. Dann zieht er sich wieder hin, weil er wieder müde ist und dann schmeckt das Spiel wieder von vorne an, nicht? Und dann geht es so ein paar Mal hin und her, also kniete sich wieder hin, zieht sich wieder hin und dann auf einmal, nicht, merkt man, wie er wieder eingeschlafen ist und dann wie, und er springt so fast aufreglich und kniet sich hin jetzt, nicht jetzt, jetzt möchte ich beten. Und ich fand das so schön, weil es gibt kein Gesetz, das sagt, okay, nicht, du musst jetzt hinknien, in der Nacht gebeten, du kannst, wie du es nicht, aber dieses Versuch, in diese ganz kleine Sache einen Akt der Liebe zu setzen, okay, ich gebe, also ein bisschen über das hinaus, was ich halt normalerweise machen würde, nicht? Also dieser, es ist gerade dieser Sprung, glaube ich, von irgendwie normal zu leben und ein, also die Heiligkeit ist ein ganz kleiner Sprung eigentlich, nicht? Es ist dieses, in diesem kleinen Moment hier und jetzt könnte ich das oder das tun, aber es ist, okay, jetzt gibt mir den Herr der Gelegenheit, ein Akt der Liebe zu setzen. Ich kann dieses, ich kann jetzt ein bisschen mehr, nicht so sehr tun, sondern es ist die innere Einstellung und die Liebe, mit der ich jetzt das mache, oder? Das verstehen Sie, was ich meine?